servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist jetzt soweit wir können ruhm stufe 70 ergattern und das bedeutet es gibt neue mounts die wir uns kaufen können die natürlich ähnlich denen aussehen die wir vorher schon bekommen haben aber es sind auf dem papier vom namen her andere deswegen wollen wir uns die ganzen mal anschauen wie gesagt mit ruhm stufe 70 schaltet ihr die frei ihr bekommt selber nicht umsonst sondern müsste beim ruhmhändler kaufen für 7500 anima und ich würde sagen wollen was gerade hier haben haben wir den aquilon von den kirianern am start in sommer ja wenn ich graublauen ton hier vorne eher weiß flügel ein bisschen grau glänzend blau an flügeln und kopf sieht finde ich ganz in ordnung aus haut mich jetzt aber nicht wirklich vom hocker die maldrak sie die nekrolords bekommen eine neue fliege in einem neuen farbton und die finde ich tatsächlich mit am coolsten weil sie einfach sehr sehr gut finde ich zu dem ja paktgebiet passt sie sieht so richtig schön eklig schleimig aus wie sie da wie sie da den schleim wegschlotzt lecker ja aber davon ab weiß ich mag die farbgebung das sieht richtig schön giftig aus irgendwie also wenn man schon auf so einer fliege sitzt dann muss sie auch so aussehen als wird zu krankheiten kriegen wenn die dich berührt und das ist hier definitiv gegeben dann haben wir bei den neidfee mal wieder den ratten fuchs der mit dem kopf vor die wand gelaufen ist oder was auch immer das sein soll das mount weiß ich finde es immer noch super hässlich und ganz schlimm weil ich das modell von den wolkenschlangen mit so tier kopf und ich weiß nicht ich finde es nicht schön die farbe ist ganz okay tatsächlich aber würde das mount als solches eben ein bisschen besser aussehen könnte ich mich damit eher anfreunden so die 7500 animat die schmeiße ich lieber weg und dann haben wir noch das wenn tier mount und auch da das finde ich ziemlich cool die schwinge hier mit einem sehr sehr geilen farbton mit so einem schwarz rot das finde ich sieht sehr sehr fies aus sehr sehr dark aber ja irgendwie sexy mir gefällt es ziemlich gut und mit der fliege mein favorit das würde ich mir tatsächlich noch holen wenn ich das anima hätte oder wenn ich es mir übrig hätte aber letzten endes zum glück sind ja geschmäcker verschieden und jeder kann einfach das holen was er mag ne würde ich mal sagen in diesem sinne schreibt mir euren favoriten gerne mal in die kommentare ich bin sehr gespannt habt ihr euch schon eins dieser mounts geholt ja nein vielleicht schreibt mir und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen reingehauen